Musik Also wenn es solche tolle Menschen nicht gäbe in der Plattenfirma, würde das alles nicht funktionieren. Und mit uns hat der DJ-Parade gestartet. Das ist unsere sechste Ausgabe und wir sind schon richtig schön erfolgreich und wollen natürlich fortsetzen. Vielen lieben Dank für dein Vertrauen, auch liebe Grüße an Sony Music. So, und hier sind vorne drauf Andrea Berg, Fantasy, Anne-Maria Zimmermann, Jörg Bausch, Wolfgang Petry, genannt sind ganz, ganz viele andere. Mittendrin sind 40 Künstler, inklusive den DJ-Packs. Aber da, da ist eine junge Dame und die hat mir gesagt, Uwe, wenn du mich draufnimmst, dann hätte ich gerne das Bild, wo ich so sexy mit der Schulter hier zu sehen bin. Ja, sie hat das alles bestimmt, wie sie aussieht. Und sie sieht super sexy aus, Rosanna Rotschi. Und deswegen darf sie jetzt auch mit Tobias und dem Frank zusammen, unseren Geschäftsführern, jetzt hier bitteschön die CD taufen vornehmen. Offiziell. Damit ist sie dann im Verkauf freigegeben. Rosanna Rotschi tauft die CD. Jawohl. Ja. So hat es auch noch keiner gedacht. Italienisches Temperament. Rosanna Rotschi, vielen Dank. Ob jetzt ist sie richtig, überall in Deutschland zu haben. Danke schön.